Beatrice Egli in dritte Programme abgeschoben? Jetzt spricht der SWR. Die Beatrice Egli Show wurde überraschend wieder zurück in die dritten Programme geschoben. Den Grund dafür und wie es mit der Schlagershow weitergeht, hat der Sender nun verraten. Berlin, bei der Beatrice Egli Show ist gute Laune vorprogrammiert. Doch diese muss der Schlagerstar nun allerdings wieder in den dritten Programmen verbreiten. Die neue Ausgabe ihrer TV-Show wird nämlich nicht mehr im ersten gezeigt. Der Sender erklärt nun, warum Beatrice Egli, 35, der begehrte Sendeplatz nach nur zwei Ausgaben wieder weggenommen wurde. Beatrice Egli Show wieder in den dritten Programmen, Sender klärt auf. Die Beatrice Egli Show war eigentlich nicht fürs Erste konzipiert worden, wie Programmdirektor Clemens Bratzler beim SWR-Jahrespressegespräch verrät. Trotzdem beförderte die ARD die Schlagersängerin. Wir hatten zweimal die Chance im vergangenen Jahr im ersten die Sendung zu platzieren. Und da lief sie auch erfolgreich, erinnert er sich. Die nächste Ausgabe werde jetzt parallel in drei dritten Programmen ausgestrahlt, nämlich SWR, MDR und erstmals auch in DR. Die Show erreicht da auch alle, die es sehen wollen, so Bratzler. Auch den Grund für den Senderwechsel nennt der Programmdirektor. Das ist einfach deshalb der Fall, weil wir jetzt im ersten aktuell keinen Sendeplatz gefunden haben, der geeignet ist, weil es jetzt keine Sendung ist, die im Regelprogramm ist. Außerdem stellt er klar, es hat aber nichts mit Mangel im Erfolg zu tun. Wir waren mit den Quoten sehr zufrieden. Um die Musikkarriere voranzubringen, stellten schon etliche Kandidaten bei der beliebten RTL-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar ihre Gesangskünste unter Beweis. Ihr größter Traum dabei, Ruhm, Geld und einen Plattenvertrag mit nach Hause nehmen. Für 21 Teilnehmer ist dieser Wunsch Wirklichkeit geworden. Wir verraten euch, was aus den DSDS-Siegern heute geworden ist, von Werbedeals bis hin zum Knastaufenthalt ist wirklich alles dabei. Gäste und Sendertermine, so geht es mit der Beatrice Eglischow weiter. An den Quoten lag es also nicht, sondern lediglich am Platzmangel. Es werde außerdem schon fleißig an neuen Folgen gearbeitet. Schon am 6. April dürfen sich Schlagerfinz auf eine neue Ausgabe der Beatrice Eglischow freuen. Diesmal sind wirklich große Namen dabei, Howard Carpendale, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Benzocca, Semino Rossi und Marianne Rosenberg, verrät der SWR-Programmdirektor. Eine weitere Ausgabe sei für den Herbst geplant. Wo und wann die ausgestrahlt ist, wissen wir aber noch nicht, erklärt Clemens Pratzler schließlich. Apropos Beatrice Egli, die Schlagersängerin und Dieter Bohlen sitzen in der kommenden DSDS-Staffel gemeinsam in der Jury.